Oh mein Gott, oh mein Gott, oh nein, irgendwas ist anders, hallo liebe YouTube-Gemeinde, ich bin euer Zuckab und ich habe schon eine Taschenlampe, oh no, ich habe das Spiel jetzt extra gelöscht und wieder installiert und trotzdem ist mein anderer Spiel, oh, ist das da? Oh, was ist das da? Willkommen zu BT. Es wird horrormäßig, ich kann das nicht von neu zocken, das ist blöd. Wurst, na sag mal Wurst. So, mach mal ab. Hallo, hallo, was geht? Die Uhrzeit bleibt immer dieselbe, das ist ja Wahnsinn. Sehr Wahnsinn, das schaut's aus. So, da kann er zusammen, das ist wahnsinnig. Das ist blöd, ich muss das, oh Gott, ich will das ja wieder von neu an, ich müsste das mal durchzocken und dann machen wir es von neu. Okay, dann wird das halt ein Part, der schon etwas weiter vor ist. Sehr. Oh, ich werde das irgendwie kommen, ich werde das wieder von neu zocken. Oh, ich, wo war ich denn? Ja, ich renne mal wieder eine Runde, das ist Wurst. Sechste Runde. Wie war denn das mit dem Heranzoomen? Achso, gut. Easy going, hallo. Tja, krankes Ding. Zuckerl-Tabletten. Oh mein Gott, ein Snickers. Mh, lecker. Ich hab keine Angst, Leute, ich hab keine Angst, ich hab, ich hab, ich hab Ü-Eier aus Stahl. Kann man ja durchsehen, oder? War das nicht irgendwie so, wupp, wupp, wupp? Ne. Ey, ich find das blödsache, ich muss mich da echt entschuldigen, ich hab das extra gelöscht und wieder neu installiert und hab gedacht, alles gut ist, ne? Ich kann das von neu machen, aber... Ne, dem ist nicht so, ich kann das nicht von neu machen. Ich muss da jetzt weitermachen, wo ich... Ah, ist's schon spät. Auf die Uhr gucken. Ta 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 ta... Ich hab keine Angst. Ist's schon zwölf? Oh ja, sie ist zwölf. Ich hör sie. Wo ist sie denn? Hallo! Das ist ein Psycho, Medi. Komm her! So, was habe ich jetzt zu tun? Gehen wir mal zum Baby. Woah, lecker! Das stöckt dieses Ding hier. Wieso? Jetzt isst die mich oder was macht die mit mir? Wieso bewege ich mich noch so ein bisschen? Das Spiel ist Wahnsinn, Leute. Oh Gott, ich traue mich das nie alleine zu zocken. Ich brauche noch wen da neben mir sitzt und mir Hähnchen hält, ne? Gut. Leider nicht von Anfang an muss ich mich wirklich entschuldigen. Also ich hoffe, ich kriege das noch hin. Also ich glaube, ich müsste das jetzt durchgehen, also durchzocken, sagen wir so. Und dann geht's von Anfang an los. Und wenn's cool ist, wenn's gut ankommt, dann machen wir das auch von Anfang an. So. Ist ja Wahnsinn, ey. Ist ja Wahnsinn. Ganz eine Zahl. Ich versteh nicht, wieso die Frau mich jetzt umbracht hat. Was muss ich denn tun? Muss ich langsamer gehen? Ich versteh's nicht. Ich hab echt keine Ahnung, was ich tun muss. Vielleicht habt ihr... Ah, vielleicht habt ihr hier einen Plan, wenn ich's nicht schaff in diesem Part. Ja. Bitte ich euch um Hilfe. Hilfe. Hilf mir doch. Baby. Bist du hier? Du lebst noch. Dein Herz pocht. Das X markiert die Stelle. Tja, da geht's echt ab. Da geht's echt ab. Da geht's echt ab. Was hat das zu bedeuten? Blau. Vielleicht muss ich, wenn's blau ist, zum blauen X. Kann denn das die Möglichkeit sein? Hallo? Hallo? Da krieg ich aber ein bisschen Bammel. X? Ja, da sieht man ja gar nix. Nur das Loch. Ich geh zurück. Ich geh mal zurück. Hm? Hi. Kann ich dich jetzt durchs Loch schauen? Nee, ich hab ja gehört was. Wo ist denn? Wo ist denn? Ich glaub die Frau muss in mir rein. Ja, ne? Die muss so. Hi. Oh, lecker. Ich weiß, was passiert. Aber ich kack mich trotzdem an. Das ist alles blau. Die Symmetrin. Oh. Hallo, Bibi. Hi. Bibi? Was muss ich jetzt machen? Ich hab keine Ahnung, ey. Was muss ich jetzt machen? Bibi? Bibi? Psycho? So, ich geh mal weiter. Ich geh jetzt zum Blaumix. Ja, 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 was mach ich? So. Schönes Foto. Alles. Was ist da? Das ist nur schmutzig, oder? Upsi. Hi. Hi, Bibi. Easy going, Bibi. Baby, Bibi. Baby, Bibi. Ich glaub jetzt nicht, dass ich einfach so weitergehen kann, oder? Ich kann den Bad nehmen, ne? Ich geh mal weiter. Ich geh mal weiter. Also wurscht. Ich geh weiter jetzt. Aber es hat einen Grund, warum es blau ist. Jetzt ist grün, gelb, ne? Gelb. Definitiv ist das gelb. Ja. So, ist die Frau jetzt noch in mir drin? Hi, Bibi. Es macht nix. Es macht nix. Verdammt normal. Was hat denn das mit den Farben? Oh Gott. Ich geh jetzt nicht weiter. Ich warte wieder. Punkt 12. Dann kommt meine Freundin. Dann kommt meine Freundin nach Hause und... Tja. Wir versuchen sie mal das Beste. Das ist auch noch eine Kack-Wohnung. Hi. Sie steht immer da, oder? Das weiß ich echt gar nicht. Mädchen, wo bist du? Wo bist du? Bist du schon in mir? Du bist ja noch immer in mir, oder? Oder stehst du jetzt woanders? Oh. Komm. Oh. Lecker, lecker. Ich hasse sie. Bibi. Ich und Mami sind hier. Mami und ich, oder? Mach was. Lach. Spring. Sing. Irgendwas. Spiel mit mir. Willst du nicht sterben? Da, was hast du hier? Willst du ein Zucki? Ein Daddy-Bear? Willst du dein Daddy haben? Oh, wow, wow. Oh. Oh, wow, wow, wow. Was ist denn da gestanden? Hey, Leute, ich hab's nicht gelesen. Oh, verdammt. Das hat mich jetzt so erschreckt. Deshalb weiß ich's nicht. Durch das Loch, Gucki. Oh, no. Nochmal Daddy-Bear angucken. Nichts. Bilder angucken. Nichts. Hier oben gucken. Nichts. Gucken. Psst, psst. Nicht zu laut. Hier alles angucken. Ah! Kannst du sie hören, dieses Zeichen? Kannst du es verstehen? Wo steht das? Wo hat denn der das gelesen? Ah! Da! Nee. Nichts. Keine Ahnung. Warum geht das denn da auf einmal? Wow! Was steht da? Ähm... Gott, ich kann's nicht lesen. Lecker. Daddy. Wo ist das Baby? Da überall Blut. Perfekt. Wunderschönes Badezimmer. Hi, Baby. Okay, wir gehen weiter. Ich hab keine Ahnung. Da kommt plötzlich immer irgendetwas und ich kann's nicht lesen. Was gibt denn da hier für ein Blödsinn? Schokolade, Kekse, Bananenschale. Mh, lecker. Zigaretten. Gut. Gut. Schlüssel, alles Mögliche. So. Sie rufen mich aus der Hölle. No. Wahnsinn. Gut. Ich hab keine Ahnung. Ich geh, glaub ich, weiter. Oder ich hab's doch geschafft. Jetzt kann ich nochmal weitergehen. Die hat's alles grün. Die hat's alles grün. Die hat's alles grün. Grün zu grün. So, wenn ich da jetzt nochmal hinguck, kommt's dann nochmal? Nee, sieht man, kann ich auch gar nicht so nah ran zoomen. Also, das hat schon eine Bedeutung. Nur, ich versteh sie nicht, denn ich bin dumm. Ich bin nicht dumm, aber das versteht keiner. Ich konnte's nicht lesen, war zu schnell. Außerdem hab ich mich erschreckt. Wahnsinn. Ich komm nicht dahinter, was hat das mit den Punkten nicht zu tun? Ich weiß nur. Ich warte. Um Punkt 12 kommt meine Freundin wieder nach Hause. Und dann... Dann geht's ab, Leute. Keine Ahnung. Psycho. Ich hätt's gern von Anfang an gezockt wieder. Nur für YouTube, aber hey. Nehmt mir das nicht übel. Ich hab's versucht. Was soll ich denn noch tun? Aha. Schätzchen, bist du hier? Na, da stehst du nicht, gell? Ich trau mich nicht schnell gehen. Und schnell umdrehen ist auch blöd. Hab ich ein bisschen Bammel davor. Sie ist nicht da. Ne, sie ist nicht hier. Aha, hier irgendwo. Oder ist sie noch in mir? Ne, da ist sie irgendwo. Oder? Ne, sie ist in mir. Ich weiß es nicht. Weißt du, höre ich irgen... ...verkackten Funkradio-Dingens... ...Blödsinn. Alter. Tu mir das nicht an. Hm. Hm. Was hat das mit dem Loch auf sich, ne? Ich versteh das nicht. Was für die Perversen unter uns? Bist du jetzt noch in mir oder nicht? Ja, also ich rufe mich aus der Hölle. Gut. Gut. Ich guck mir das mal alles an. Vielleicht passiert da wieder irgendetwas. Da ist das wunderschönes Bild. Das ist Kunst. Das ist richtige Kunst. Ne, ich will noch nicht. Ich glaube, ich bin noch nicht fertig. Es ist nichts passiert. Was ist da? Überall die Dosen. Die hat Probleme. Hör auf damit, du machst mir Angst. Guck dir dein Kind an. Ich bin sicher gleich wieder tot. Ich hab so, 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 die Hose voll. So, kann man hier wieder irgendwas machen? Schmutzig, schmutzig. Jupp. Hallo? Oh, no, 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 no. No, 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 no. Ich mag nicht. Ich hab's bestimmt noch nicht geschafft. Das muss doch... Das muss doch... Da muss doch irgendwas noch passieren. Irgendwie so, das Kind muss schreien. Oder... Irgendwelche Wörter müssen wieder plötzlich auftauchen. Oder, 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 oder. Weiß nicht. Das Licht geht an. Keine Ahnung. Irgendwas muss passieren. Das kann doch nicht sein, dass ich fertig bin. Also, ich ruf mich aus der Hölle. Wunderschön, Vögel. Wenn ich jetzt stehen bleib. Denk, wenn ich stehen bleib, hab ich Probleme. Ich will immer warten. Sie haben Telefon! Hallo? Ja? Hallo? Hallo? Verdammt nochmal. Hallo? Leute, wir müssen... Wir müssen... Keine Ahnung. Clark Kent anrufen. Whatever. ever. Ja, schöne Fotos. Echt wunderschön. Alles sehr schön. Supi. Supi toll. Ich find die Küche nicht. Die Wohnung hat keine Küche. Und die kommen denn hier hoch? Baby, mach was. Mach was. Mach, 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 mach. Oder kann ich jetzt einfach weitergehen? Ich denke nicht. Vielleicht muss ich einfach nur mal aufs Klo, aber das... Diese Toilette hier würde ich niemals benutzen. Vielleicht stehen wir aufs Klobier oder so, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es wie ein Wasser. Nee, ich weiß echt nicht. Ich geh jetzt einfach weiter, oder? Soll ich? Ich mach's jetzt einfach. Ja, ich geh jetzt einfach weiter. Ist mir egal. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Ach. Ja, wir haben's geschafft. Ich hab noch immer keinen Plan. Ja. Kind. Loch. Ich bin sicherlich tot. Aha. Aha. Nee, ist nix. Nicht sterben. Easy. Ich denke, ich hab das verkackt mit dem grünen Licht. Ich denke, beim gelben Licht schreit das Kind kurz. Beim bläumen Licht kommen die komischen Wörter plötzlich so. Also der Satz. Keine Ahnung, was da gestanden ist. Ich muss mir das angucken und lesen. Und beim grünen Licht hab ich's verkackt. Genau. Grünes Licht hab ich verkackt. Aber beim grünes Licht muss man auch irgendwas machen. Ja, kannst du's hier hören? Nee, kann ich nicht. Ich kann schon was hören, aber ich glaub ich werd verrückt langsam. Ich werd verrückt mit der Zeit. Das Spiel macht einen crazy im Kopf. Das ist ziemlich cool hier. Es ist wirklich, wirklich supi, gut, toll, alles Wahnsinn. Tja, aber das alleine zocken, das ist schon... Das geht an die Substanz, meine Freunde. Also man kann's nicht langzocken. Ich kann's zum Beispiel nicht langzocken. Ich hab... Kleine Ü-Ei. Ach Gott, Wahnsinn. Aber es macht Spaß. Es macht definitiv Spaß. Obwohl ich jetzt blöd herumrenne und jetzt warte ich wieder bis zwölf ist. Weil um zwölf, ähm... Da kommt meine Freundin und... Ja. Die erklärt mir was da mit dem grünem Licht. So, ich denk nämlich, die muss immer noch in mich durch. Oder so. Bei mir vorbei irgendwie so. Die muss da irgendwo herumzittern. Ich glaub nicht, dass die jetzt da in mir ist. Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen. Weil... Beim gelben war's so, beim grünen... Ah, beim blauen war's so. Jetzt muss es beim grünen auch so sein, oder? Die muss doch irgendwo stehen und... Die steht mir ganz. Oh, da ist sie ja! Hallo, Baby! Oh mein Gott! Du bist so... Ich find das immer so arg... Ich weiß ganz genau, was passiert. Aber trotzdem. Aber dennoch. Aber trotzdem. erschrecke ich mich so dermaßen, wenn die durch mich rennt. Das ist ein Wahnsinn. So, jetzt kann ich zum Telefon, oder? Muss ich mir das wieder anschauen? Kommt dann wieder irgendwas? Ne? Ne, Telefon? Hallo? Easy? Going? Servus? Servus? Verschließen? Low? Ne. Muss man sich ja irgendwas wieder anschauen. Ich... Keine Ahnung. Kein Plan. Whatever. Die Uhr. Spät, Mädi. Das ist immer wieder dasselbe Text. Hörst du? Kannst noch hingehen? Ne, warte mal. Jetzt kann ich vielleicht durchs Loch gucken. Das könnte möglich sein. Oder vielleicht einfach das Baby angucken. Ne, weiß nicht. Klo angucken. Alles angucken. Du! Du bist ein wunderschönes Kind. Gesund und munter. Perfekt. Und ins Klo, vielleicht muss ich ja kotzen. Ich muss wieder auskotzen. Das ist vielleicht in mir. Vielleicht durchs Loch. Guck mal durchs Loch. Geht das? Weiß nicht. Muss fragen. Geht das? Nein, geht nicht. Aber ich seh doch irgendwas. Irgendwie so. Ja, da, so. Ist doch was. Ich bin blöd. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin. Sie rufen mich aus der Hölle. Ja, das ist blöd. Keine Ahnung. Was guck ich denn da an? Ich kann jetzt nicht einfach weitergehen, denke ich. Ich denke, ich muss da irgendwas. Irgendwas muss noch passieren. Das Kind muss jammern oder so. Ich hab keine Ahnung. Echt jetzt. Bitte. Bitte, bitte. Wenn ihr noch von euch was weiß. Dann bitte. Gebt mir Bescheid. Ich möchte das nämlich wieder von Anfang an zocken. So richtig Horror-Game mäßig. Also auch richtig Horror-Game mäßig. Was laber ich da für ein Blödsinn? Ich will das einfach wieder von Anfang an zocken. Und Video machen. Das ist das eigentlich, was ich machen wollte. Nur irgendwie plötzlich. Was ist denn das? Domino? Nein, das sind ganze Tabletten. Bist du wahnsinnig? Die Frau hat echte Probleme. Wahnsinn. M&Ms und Tabletten und Sneakers. Kombination. Ja, super toll. Tja. Was muss ich machen? Ich geh mal so lang. Vielleicht da irgendwas angucken. Da war ich ja noch gar nicht. Hab ich ja noch gar nicht geguckt. Aufmachen. Geht nicht. Okay, soll ich jetzt einfach weitergehen? Das könnten wir definitiv versuchen. Wir könnten ja einfach weitergehen und schauen, was passiert. Das Baby macht ja einen Blödsinn. Das machen wir nicht mit. Es lacht. Es ist cool, es lacht. Jetzt kann ich gehen, oder? Oder soll ich noch mal kurz zum Baby gehen? Ich hab Angst, wenn ich mich schnell umdrehen, bin ich tot. Ich geh kurz zum Baby. Es hat gelacht. Es schaut so hässlich aus, aber als für ein liebes Lachen. Hallo. Puzzi. Ich glaub einmal lachen gut. Ich glaub das war's. Oder? Ich geh jetzt raus. Ich geh jetzt hinaus. Also ich geh jetzt weiter. Und ich hoff dann ist alles gut. Dann hab ich ja grün jetzt auch geschafft, oder? Easy. Oder? Weiß ich nicht. Nee. Ich denk ich hab's. Ich hab's versaut. Ich denk ich hab's versaut. Puzzi. Pupillentest. Zip. 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 Nee. Wo? Ähm. Gut. Ja. Ich hab keine Ahnung hier. Leider. Ich check's nicht. Hoppala. Ich check's echt nicht. Ich könnte echt Hilfe brauchen. Baby. Ich lass das Baby jetzt gut. Ich lass das jetzt links liegen. Ist mir wurscht. Wenn's wieder so ne Kackfarbe kommt. Rot hatten wir noch nicht. Jetzt kommt da gar nix mehr. Jetzt kommt da gar nix mehr. Hallo. Baby. So. Die Farbe verändert sich jetzt gar nicht mehr. Hm. Smarties. Baby. Du. Sag was. Tata. Ja. Lecker. Ne Leute. Das ist wahnsinnig. Ich komm nicht dahinter. Einmal geh ich noch durch. Weil. Ich einfach jetzt nicht aufhören möchte. Und welche Farbe? Nichts. So. Uhren schauen. Ne. Ist gut. Ne. Wir lassen es gut sein. Wir lassen es gut sein. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ähm. Wenn's euch gefallen hat. Daumen nach oben. Wenn ihr bitte Tipps habt. Hm. Bitte. Irgendwas. Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung davon. Dann bitte in die Kommentare. Bitte in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe ihr habt euch Spaß. Ich hoffe ihr habt euch nicht erschreckt. Alles gut. Hose noch trocken. Ja. Also. Bis zum nächsten Mal. Ich sag danke fürs Zuschauen. Macht's das gut. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.